Boing! Das passiert aber auch nicht als Ausdruck. Das passiert dann auch echt nicht oft. Aber haltet euch an die Regeln bitte. Ja. Bitte an die Regeln halten. Bitte an die Regeln halten. Das war doch nur ein Hinweis, dass das nicht gut ist. Alle da, können wir anfangen. Es ist voll geil, das ist einfach das Svex Texture Pack. Das beste Texture Pack. Daran erinner ich mich noch, ja. Das bekannteste denn? Hallo. Hallo. Ich würde sagen, das ist nicht das beste Texture Pack. Doch. Wir haben ein Video gemacht, wo wir schauen wollten. Wir haben, keine Ahnung, wer das erste ist, einen Diamanten findet. Dann hat er sein Texture Pack und es war richtig komisch. Du, ich wette, das hast du auch bei der letzten Mal gesagt, dass wir dieses Mappy gespielt haben. Er sagt das immer wieder. Ja, aber das Texture Pack, ich hab's gesehen, als du dann das Crafty-Menü geöffnet hast, da war dann so ein komisches Rucksackbild und so. Es war richtig komisch. Wie so ein Zwölfjähriger. Woa! Woa! Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr redet immer noch im Discord. Ihr redet immer noch im Discord. Ja. Es hat nicht hingehauen. Wow, the fuck, war das denn? Oh, sorry. Das war echt krill. Schorn, Schorn, Schorn! Lass einfach in den Lava weg springen, oder? Shit, ich wollte grad sagen, ich glaub, Schorn war es eurer Detective. Ja. Warum hast du geschossen, Maeve? Lass reinspringen, lass reinspringen. Warum ist hier so ein Hall? Hörst du das auch mal? Ich hab Norton, Norton Antivirusbratte bekommen. Wie soll das? Was soll das? Zwei, eins. Wir benutzen Norton noch. Komm, jetzt einfach ehrlich. Wer bin ich? Wer bin ich? Was soll denn das jetzt? Jetzt lass ich mich einfach so hängen. Hörst ihr auch den Hall die ganze Zeit? Hörst du auch den Hall die ganze Zeit? Hörst du auch den Hall die ganze Zeit? Nein! Fürs Team, du bist Detective! Nein, bitte! Was? Was? Ich glaub das nicht. Wie konnte das passieren, Ricky? Ricky, Alter! Ich hab keine Ahnung, wie das... Ich hab keine Ahnung, wie das... Alle haben sich umgebracht! Stimmt, Dashke und Johnny haben noch gelebt, aber die hat niemand beachtet. Aber vier Leute haben sich umgebracht. Ich hab mich umgebracht, ich hatte auch nur noch 7 HP. Aber habt ihr auch den Hall gehört? Hört ihr auch diesen Hall in der Stirn? Ja, den Hall hab ich auch vorhin gehört. Okay. Ich hab die gerade nicht gehört, aber manchmal hört man den Hall. Es ist aber eine Runde 1 Triple R gewesen. Es ist die Runde... Es ist die Runde... Es ist die Runde... Es ist die Runde... Triple R Runde. Die Triple R Runde. Ah, Ricky Schmick. Oh ja, da war der Hall bei... Ich will keine... Ich will keine... Er heilt überall. Hier heilt's. Hier heilt's, oder? Hier heilt's, oder? Aua! Hallo! Aua! Fully hat voll geheilt. Wo ist Fully? Ach, voll unterm Schiff bestimmt Maeve. Ne, oben drüber. Wer war das? Ah, hallo? Jungs... Jungs ist... Halt ist hier unten. Hört ihr mich halt? Ja, ja. Nee. Ich hör dich halt. Nicht? Ja! Oh Gott! Ja! So denn... Ich glaub alles halt, was man hört, Ricky. Was denn? Genieß! Nies in den Ellbogen. Naja, komm, hey. Naja, komm, hey. Naja, komm, hey. Naja, komm, hey. Ich komm mir nicht raus. Auf jeden Fall. Ah, geht doch. Oh, das hört sich so furchtbar an. Scheiße. Auf mich? Gott, klingt das scheiße. Ja, wenn einer rumringt, dann stellt sich alles auf Hallen ein. Oh Gott, Mogi ist gestorben. Oh, oh. Hey. Mogi! Nooo! Oh. Oh. Aber wer fehlt denn gerade? Ricky hat mich angesteckt! Hm. Ricky, du hast mich angesteckt. Ich glaub, du bist ein bisschen sass. Oh. Oh, was? Wo hat er sich selbst mitge... Ja, ich versteh's auch nicht gerade. Er hat auch von hier geschossen. Der ist gelieb noch. Alter, dieser Halle. Ich lebe noch, ja. Er hat auch von da geschossen. Ich bin so verwirrt. Das hat gerade so... So lockt du halt. Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Hast du die Schüsse gehört? Ja. Och, dieser Halle. Der ist ja so exklusivfaszinierend. Ah. Also egal, wen wir sehen, schießen, oder? Das ist jetzt der Plan. Hm, ja. Vor allem, wo ist er so schnell hin? Der ist direkt abgehauen. Ah, was willst du jetzt? Kein Ahnung, ein bisschen sputen. Warte, ich kann ne fiery explosion machen. Schon wieder irgendwas explodiert? Da unten ist es Morgi. Wo ist Morgi? Achso, der tote Morgi. Ist halt so. Au, 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 au. Wo, 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 wo? Wo bist du? Ach so, wenn ich mich noch getötet habe. Da war er. Alter, krass. Warum hast du gerade einen Nadwerfer geholt, hä? Äh. Dieser Halt ist ja überhaupt nicht anstrengend. Okay. Der war ein bisschen nervig gerade. Ah, Johnny hat... Der war auf der ganzen Map gerade. Der ist die ganze Zeit da. Der ist die ganze Zeit da. Ich check auch nicht, was ihr meint. Ich check auch nicht, was ihr meint. Ich check auch die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was ihr mit Halt meint. Hallo, check, check. Hallo, hallo, hallo. In manchen Stellenhals. Ich weiß, was ihr mit Halt meint tatsächlich. Hallo? Hallo? Ich hatte so viel Granatwerfer, das war voll lustig. Ach, Leute, ich weiß auch nicht. Minecraft. Ich hasse das hier. Oh, endlich mal wieder ein paar Verräte runden. Aha. Was auf unser Ziel ist, ist ganz nach oben zu kommen. Ganz nach oben. Und dort denn uns zu tauschen. Auf die Perfamilie. Ich weiß, was du? Ich weiß, was du denn? Ja, das ist ganz schön. Ich weiß, was du denn? 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 Nein, ich weiß nicht. Was ist nicht Ill. Ich mache dir. Und zurück. Einfach zu schlecht Oh, warum? Oh Gott Überraschung Wie kommt man denn hoch? Hä, wie kommt man denn ganz oben hoch? Warum hast du nicht geschossen? Zum Jump'n'Run kommt man hoch, Riki Ist das nicht Jump'n'Run? Nein, nein, ich hab Johnny angeschaut Und dann bin ich hin und her Und vor allem hab ich schaden genommen Und hab ich Johnny angeschossen Und ich hab auf dich geschossen, Hoki Weil ich dachte, jetzt willst du mich umgeben Und ich hab mich gefragt, was macht Johnny da eigentlich Aber es war Timo, oder? Ja, Timo war es Am Ende hab ich auch noch auf Timo geschossen Hey, ich war's aber nicht Timo war's nicht Warte, wer war's am Ende? Also, am Ende hat mich Timo geschossen, war's Ja, aber ich war Indo Ja, du warst zwei Indo, aber du hast ja Tristan gemacht Ach so, ja, ich dachte, du meinst es, ich wär Traitor Ja, das wusste ich nicht, aber Okay Ar, 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 ar Ja Was soll das heißen? Ja, wenn du Leute tötest, dann kriegst du mehr Leben Ja, aber Ja, aber Wie leben sie ja kein Mario Gott, dieser Das war Wenn du mich jetzt erschließt Oh, ist das Oh, ich bin so drin Tötet mich Oh, mein Gott Tötet mich das Ich glaub ihm, wenn er sagt Ich war aus Versehen Tötet mich die ganze Zeit Es war Mistklick Es war Mistklick Es war Mistklick Tötet mich Es war Mistklick Es war Mistklick Miau Ja, aber Moggy Das muss ich sagen, ne Also schon ziemlich sass Würde ich sagen schon Warte, ich Warum habt ihr Moggy getötet? Ich würd schon sagen, das ist schon sass Achso, ja, gut Mann Hast du ihn versehentlich erschossen? Oh mein Gott Ja Toll Ich würd ihn von der Haft zu mir ablenken Und er schießt einfach auf mich Ey, dieser Hall ist ja so anstrengend, ne Ich hab so fünfmal vor mich gerannt dabei Ah, scheiße Ja Diese Hallen machen mich gar nicht Ich glaub, ich geh jetzt einfach zu euch rüber Sag, dass ich Traitor bin Schau, was passiert Und Hocker schießt mich instant So ein Lucky Kick Oh mein Gott, das ist so schrecklich So schrecklich Ich schieß einfach auszusehen, weil ich einfach reden will Ja, mir ist das auch schon passiert So ne Scheiße Ich crouch grad die ganze Zeit auszusehen, weil ich reden will Achso, sorry, sorry Mein Finger verkrampft auch Aua, Mann Sorry, sorry Wenn du dich da hinstellst, verzeihe ich dir Okay Mach's nicht Hör auf Nein Wer ist hier? Es tut Oh, Junge, ich wusste nicht, dass er dahin geht Ich wusste nicht, dass er dahin geht Oh mein Gott Ich wusste nicht, dass er dahin geht Es tut mir doch leid Nein Hä? Wie er wusste nicht, dass er dahin geht Hä? Scheiße Ich hab erst zu spät gesehen, dass er mein Kollege ist Ich hab erst zu spät gesehen, dass er mein Kollege ist Die Verfolgung ist Detektiv Er ist am Anfang im Wasser Mit dem Detektiv Mit dem Detektiv Mit dem gewissen Ricky Mania Es tut mir so leid, Hocky, ne Es tut mir so leid, ich hab's erst zu spät gesehen Okay. Hast du Hockey gekillt? Rikki, 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 Rikki. Ich mein, Hockey vielleicht gekillt, kann passieren, Trait der Kollegen. Aber warum standest du da oben und hast mit der schlechtesten Waffe die Skirpen grob in uns Richtung geschossen? Du hast nicht nur versucht, jemanden zu killen. Doch, wir haben aber nur Mühe gehabt. Geh doch mit der Shotgun runter, der schießt uns oder so. Ach, Mann. Aber das mal. Der arme Hockey ist sowieso leid. Du hast ja nicht mal getroffen. Ich dachte so, Dimo meinte, yo, stell dich da drauf, hab mich draufgestellt und dachte, okay, ich werde ja nicht gekillt, weil mein Traitor-Kollege oder so. Hockey wolltest du am Anfang nicht von Fully was haben, weil er die Checktipp ist? Wait, Hockey, du warst Traitor? Äh, was ich sagen wollte, er stand auf der Planke und ich hab sie erst an der Galilies, den wollte ich haben. Nein, Rikki, geh weg. Das ist der Karma. Das wäre Karma, tu's. Ich erlaubst dir, Hockey. Blip, blip. Mach mal, dieser Hall, geh mir so auf den Sack. Bei euch halt gar nichts, habt ihr gesagt, ne? Das muss man aufstellen. Bei euch, halt bei euch irgendwas? Wie aktiviert man das? Halt bei euch was? Hallo, halt bei euch was? Ich lade gleich mal neu, wenn wir mit Neurunden beginnen. Das ist meine sichere Ecke, dass wir ihn ruhen. Das ist meine sichere Ecke. Ist das eine Triple R? Was für eine sichere Ecke? Ist das Triple R? Das ist keine Triple R. Rikki-Round? Ist das ein Triple R-Moment? Das ist eine von den Rikki-Rounden. Ich mach gar nichts, was nicht der Detective sagt. Hä? Der schießt? Hä? Ich bin's nicht. Ähm. Bleib in meine Ecke. Ich weiß doch auch nicht, was los ist. Bleib in meine Ecke. Bleib in meine Ecke. Wo ist Hockey? Hockey ist straight, der hat eben gerade Sean getötet. Blauer! Blau! Hockey ist ja 100%, oder? Hockey ist straight, der hat eben Sean getötet. Du Th семь replaced! Und Сов với Hockey ist ja... 还是 irgendwo? Stimmt, Sean ist auch nicht hier, das ist entweder Sean oder Hockey. Aaah, Sean und Hockey. War die Fall ist ja offen. Hockey und der Sean. Hockey und der Sean. Da war auf jeden Fall was los, ne? Der Hockey. Der Hockey und der Sean. Sean, 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 Sean. Oh, das war gerade ein ganz spusiges Hallen. Ja, ich hab auch überall Halle, ich guck mich grad richtig auf den Sack. Ich komm nie wieder runter. Ich wundere nicht. Das ist ganz schön anstrengend. Immer noch Hall des Todes. Soll ich mich ausstellen? Egal, müssen wir damit leben. Wo bin ich so schnell? Habt ihr mich gesehen, als ich unsichtbar war? Pocky, ich red doch nicht immer gleichzeitig. Du redest immer ingame und Discord. Ich red doch gar nicht ingame. Doch. Du standest im... Ich mein, meinst du das davor? Oder meinst du, mehr standest und riesig? Ich hab das auch voll auf Pocky. Ich denke, ich mach beides. Aber ich mach's auch gerade. Ja, jetzt machst du auch gerade doch. Nein, nein. Doch, machst du nicht. Ich hatte nicht mal meine Hände an den anderen. Ja, aber du machst halt trotzdem. Auch wenn's nicht absichtlich ist. Wir sind gerade doppelt. Ja. Ich höre nicht gerade doppelt. Was hat das mit Absicht zu tun, Timo? Ich kann doch nichts dafür. Ja, ich hab doch... Ich hab doch genau das gerade gesagt. Nein. Doch, ich hab gesagt... Nein, das klingt wie... Du machst es auch, wenn du es aus Versehen machst. Ja. Ja, aber ich mach's ja nicht. Es ist ja ingame nur. Das ist ja ein Bug. Ja, aber... Ich dachte, du weißt, ich mach's ungerollt. Ich dachte, du weißt, ich mach's ungerollt. Ich dachte, du weißt, ich mach's ungerollt. Was ist das? Was so noch schlimmer wär... Ähm... Ah! Hm. Ich komm nicht... Aber ich glaub, da hinten passiert gleich was. Behalten wir das mal im Auge, Herr Detective. Okay. Pass auf, ich... Ich saub mal für Chaos, ja? Du bist nicht Detective, Fully. Pass auf. Hier, Fully wurde getillt von Sean. Der Blaue. Ich... Ich hab mal für drüben Chaos gesehen. Ich hab einfach auf jemanden geschossen. Das ist so super. Pass auf. Und jetzt, wenn gleich jemand tot ist, noch schlimmer. Du hast auf dich geschossen? Ja, ich hab... Du hast auf dich geschossen? Wir haben für Chaos gesorgt einfach nur. Wir haben dich geschossen. Ja, ja, wir haben... Das war... Das war Sean. Wow. Hier, jetzt aber. Moggi, komm her. Ich hab was für dich. Wir haben Sean gekillt. Moggi, komm mal mit. Nee. Nee, der lebt doch noch. Moggi, komm mal. Hier. Hä? Ich glaub, wir haben einen Traitor erwischt. Ich hab einen Traitor erwischt. Das kann ich nicht hinwerfen. Egal, das ist doch... Wie bloß ich die... Joli, mach Traitor, Riki. Echt jetzt? Oh nein. Ich hab wieder geschossen. Au, 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 hör doch auf. Es tut mir leid. Hier hat niemand geschossen, Timo, geh weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich glaub, irgendjemand von euch hat auf euch geschossen. Vielleicht sollt ihr euch gegenseitig umbringen. Ja, aber wer ist wer? Das klingt nach nem guten Plan. Auf geht's. Ja, nee, ich glaub... Oh, ich nehme mir doch mal ein bisschen was. Ja, du war ein bisschen... Hast du geschossen? Fully? No. Hä? Oh, ist schon vorbei. Oh, Mensch, das sah so dumm aus, wie du das gelegt hast. Johnny, Johnny, Johnny. Ja, ey. Morgen, ey. Morgen. Morgen erklär dich. Riki und ich stand da hinten und ich hab gesagt, was will gleich was? Hört Riki angefangen zu schießen und hat gesagt, ich schieß einfach mal rein, da werden sich gegenseitig verdächtigen. Und dann hab ich gesagt, oh ja, mach dich aus. Und dann hab ich... Ja, ich dachte, dass das letzte war. Ich hatte super wenig Leben. Du hast ausgerechnet auf mich geschossen. Ja, nee, dann genau danach hat Riki gesagt, ja und jetzt... Ich werde gleich in Panik geraten, wenn einer stirbt. Da hab ich gesagt, yeah. Wir haben uns schon... Wir waren schon Panik geraten. Wir haben uns schon... Nee, bevor ihr reingeschossen habt, haben wir uns auch schon alle gehast. War das Ding. Das war eine angespannte Situation generell. So. Jetzt hör ich dich nicht mehr, falls du redest. Ja, du hast nur mittendrin aufgehört. Okay, perfekt, perfekt. Dann geht's wieder. Hä? Warum Hühnchen? Was ist für ein Hühnchen? Wie, was für ein Hühnchen? Sahal geht mir so auf den Sack, ne? Ich hab überall abgewichst grad eben. Ich hab überall abgewichst grad. Riki. Was hast du? Ich hab mir grad schön runtergeschlemmert, hab ich mir. Warum? Und ich alles hab' man gehört, ey. Riki, was war das? Ja, komm auch Wichsen halt. Was für ein Hühnchen? Ja, er hat sich grad übel in einem abgemolken. Ihhh. Ich hab grad... Ja, die Palme gewedelt. Ich bin ein kleiner Wichser. Oh nein, was geht? Hast du schon noch mit, wie sie sind? Was hab ich? Ich will die nicht mehr benutzen, die Shark Tracks, die ich grad bekommen habe als Traitor. Achso. Alter, ich seh ja richtig gut aus. Kannst du das mal schicken? Ja. So, wo sind wir klar? Ups, what the fuck? Ich hab wieder ins Spiel getappt. Ich hab wieder ins Spiel getappt. Ich hasse dich, Morgi. Ach du Scheiße. Er hat einfach alle getötet. Respekt. Respekt, Morgi. Respekt. Gott dammit. Kommt der gleich hier rauf? Wie konnte ich ihn aus den Augen verlieren? Alle tot. Es sieht so schrecklich aus da hinten. Das war... Das war ein regelrechter Dämonenschlag. Es ist doch nicht Worms hier. Als ob sich niemand zeigt. Als ob der jetzt nur auf der anderen Seite der Insel ist. Ich will eigentlich wirklich jeden erschießen, den ich sehe. Ähm. Ich hab bis eben nicht gecheckt, dass ich Detective bin. Krank. Nee. Nee, auch scheiße. Ich bräuchte jetzt ne Farmers. Ich bräuchte jetzt. Ich bräuchte jetzt ne Farmer. Ich hab unendlich Muni und nur einen Schuss auf diese Waffe. Wäre doch geil, wenn ich das probieren könnte, oder? Irgendwer von euch hat doch ne Farmers. Ne Farmers. Oh Gott. Johnny. 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 Weil du mich getötet hast. Du hast mich auch getötet. Wieso sagt er meinen Namen? Was hab ich getan? Ich hab mich beobachtet. Ich fand das sehr unterhaltsam. Aber was hätte ich denn machen sollen? Ja, vor deiner Nase wurden alle Spieler gekillt. Und Morgi kommt so um die Ecke mit ner Taube. Ich glaub, ich erschieß Morgi lieber nicht. Die Taube hab ich nicht gesehen. Aber ich hatte Angst, Morgi zu erschießen, weil's das nicht ist. Ich fand einfach nur gut, hey Sean auf mich zukommt. Also ich hab ihn nur sehr kurz, also am Ende hab ich Jagd auf Morgi gemacht. Ja, ich hab's nicht gesehen. Jagd gemacht, du standest da oben. Hey, ja. Du warst ja nicht zu sehen. Ja, ich hätte ich mit Detective Scharf dann auf jeden Fall markiert. Also ich find aus meiner PUV war das alles frei. War's doch nicht das Detective Scharf hergehabt. War's halt besser. Nee, das war einfach ein Scheiter Scharf. War cool. Nee, Johnny Doth ist die beste. Aber ja, genau dann ist Johnny heruntergeschwollen. Danke schön. Ah, das kann man auch kaufen. Okay. Als ob ich jetzt Schaden genommen habe. Die Lava ist böse. Ey, aber nicht hier werfen. Ihr bugt es weg. Folgende Sache, ich werf's hin, okay? Das bugt ihr weg, nicht hier werfen. Und wer das haben, wer das haben? Hab's. Na egal. Dein Ricky warst zu weit weg. Ich hab ne Harpune! Was? Was passiert? Ich seh nichts. Ich seh nichts. Nein. Er war pure. Ricky ist jetzt blind. Oh, Ricky ist blind. Oh. Irgendwann hab ich keinen Bock mehr auf Detective Scharf. Hä, hab ich jetzt gerade Hockey getötet oder Johnny? Das tut mir leid. Ich seh die Waffe. Beide. Wie hab ich denn beide? Ich wollte nur Hockey töten. Ist Hockey jetzt was gewesen? Nee, er ist pure gewesen. Ach so. Er ist pure gewesen. Und wie ist Johnny jetzt gestorben? Der hat jemand abgesnipet. Fully zum Beispiel steht da oben. Was halten wir da vorne? Oh ja. Stimmt. Oh, Fully. Ah, Fully ist es. Warum geht der nicht weg? Unfallschaden. Okay. Fully, ich brauch nen Punkt. Fully. Fully. Fully, Fully, Fully. Wir brauchen nen Punkt. Eeeeeey, Aua. Ich hab Hunch, dass Fully stirbt. Er war's nicht. Er war's nicht. Was? Betrinker. Wer zum Fick hat dann... Oh nein, wer hat dann Johnny abgesniped? Oh mein Gott. Ich glaub das war Ricky. Hä? Ich fahr ab doch mit Apu. Hockey erschossen. Ich glaub es ist deine RRR. Ey Bruder, so wie du auf mich lenkst. Das ist Maeve. Maeve. Und Maeve. Ich hab keine... Ach komm, Dash hier. Alter. Ich hab euch die ganze Zeit zugeschaut. Wer hat denn den Johnny erschossen? Wer hat denn den Johnny erschossen? Ich war's nicht. Naja, ich hab einfach... Ich hab nur zugeguckt und ich hab mir dann überlegt, ja wer hat dann da grade geschossen und wie diskutiert ihr? Und dann dachte ich, der Johnny steht grad so schön. Du bist so dreckig. Warte, du hast Johnny wirklich abgeschossen? Ja. Oh mein fucking Gott. Ohne Sinn auch. Naja, ich hab nichts gehört. Ich hab nur gesehen. Also hab ich einfach... Warum geht man Waffe immer noch nicht? Was muss man Waffe dafür? Das machen übrigens viele von euch sehr oft nicht einfach so, weil ihr Bock habt umzubringen. Euch nur mal anmelden. Nein, mich aber auch! Nee, aber hör mal zu! Warte mal mal! Was? Fully! Johnny wurde abgesnipet und dann stehst du da oben. Das war nicht random. Doch, das war random. Nee, das war nicht random. Du willst mich verarschen? Hä? Vor allem du hast ihn erschossen. Hört mal auf. Fully zu ärgern. Ich hab doch gar nichts anderes zu sagen. Fully meint es war random mich zu fehlen. Hört mal auf jetzt Johnny immer zu ärgern. Aber wir töten einfach jetzt Dashke immer random. Okay? Gut. Tötet niemanden random. Wieso? Johnny ist halt. Ich lebe gefährlich. 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 Problem ist verziehen. Niemand ist es, ne? Oh. Also Sean ist es tatsächlich nicht. Ja, Timo ist es gewesen, aber es ist nicht so schlimm. Timo ist ein Freund von uns. Guck mal, Timo hat er auch erschossen gerade. Hast du gesehen? Timo, ich hätte gar nichts gemacht. Bro, what the fuck? Timo. Was hier? Timo, was ist das? Timo, was ist das? Timo, was ist das? Timo, was ist das? Bestimmt ist es, seitdem du die Taube in der Hand hattest, oder? Yeah, wahrscheinlich. Oh Gott, da hinten Dashke ist es. Er war ewig im Traitor-Shop. Hast du ihn gesehen? Timo ist es. 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 Timo ist es auch noch. Timo ist es. Timo hat ihn geziffert. Er ist weggerannt, oder? Warum hast du ihn nicht reinfiziert, Hockey? Hat einer von euch Graffiti? Wir haben... Timo ist dann gekommen. Wir haben ihn nicht getroffen. Nein, immer eine Spraydose für mich. Hat einer von euch eine Spraydose? Ja, ich habe eine Spraydose. Habe ich, ja. Oh, der Hockey hat einer. Hockey hat einer. Warte? Hier. Dann gönn dir mal. Hat ihn hier sogar heilt schon wieder. Kannst du wieder zurückhaben, wenn du willst. Oh nein. Jetzt ist meine Hand noch mehr kaputt, Maeve. Nice. Jetzt zeige ich einen Mittelfinger. Oh mein Gott. Kann ich das Graffiti noch mal haben? Jetzt ist meine Hand natürlich noch mehr kaputt. Spiel mal ein bisschen rum mit dem Graffiti und dann wird es immer besser. Das ist so komisch. Komm, das... Ach, das war wahrscheinlich wegen... Es muss wegen der Taube gewesen sein. Okay, jetzt sehe ich es wieder. Ich glaube ich muss es behalten. Okay, es tut mir leid. Ist okay für mich. Okay. Okay. Hast du jemand Deschke gekillt? Nee, der müsste noch leben. Hm. Ja, ja. War klar. Executioner. Hier ist so ein Knopf. Deschke, Deschke, Deschke. Was macht Deschke verdächtigt? Was passiert bei Deschke? Pass mal auf. Okay, okay. 10. Da ist jemand vorhin gestorben. Was macht er da? Das ist die Chilis, die ich verteile. Deschke hat keine Ahnung, was er gerade machen soll. Ein bisschen eindeutiger. Ja, ich war halt im Traitor-Shop und wurde erwischt. Da ist es einfach abgehauen. Ja. Stimmt's, Deschke? Ja. Feige wie er ist, hat er sich sicher irgendwo verborgen. Nee. Warum hast du jetzt... Warum hast du jetzt Maeve und Hockey? Was? Er... Ja... Aber Deschke ist es doch. Dann habe ich Hockey erschossen. Achso, er war Hockey. Oh, Hockey war Executioner. Was? Dann ist Deschke der erste. Oh mein fucking Gott. Oh, was war das? Ich bin übrigens der Chef. Ja, ja, dir vertraue ich. Dir vertraue ich. Sogar da oder so? Oh Gott, ich glaube wir müssen hier weg. Ich glaube wir müssen hier weg. Ich habe übrigens Verlangsamung. Deswegen, ich komme hinterher. Nein, es ist alles gut. Es ist alles gut. Stimmt ja sonst niemand. Mach mal. Deschke ist immer hier. So ein Scheiße. Und der ist drauf. Der würde immer Snakegun in den Nahkampf gehen. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Aber Deschke ist auch genau zwischen euch zwei. Ja, ich war undecided. Ah, undecided. Achso. Ich finde das so zett. Ja, Executioner ist wirklich die schlimmste Rolle. Ja. Ja. Executioner mache ich inzwischen auch gar nicht mehr. Ja, ja. Finde ich auch doof. Hatte ich heute zwei andere. Wenn man den natürlich erwischt hat. Ja, genau. Der Maid war auch nicht. Es war besser, als wir weniger Spieler waren. Jetzt, wo wir so viele sind, ist es wirklich schwer. Ja, dann können wir die mal. Das Executioner mal rausnehmen. Lass mal defekte dafür wieder reinmachen. Oh, nein. Nein. Nein, das hast du hier. Und der Defekte war super. Ach ja, der Defekte war super. Nein, der Defekte war super für mich. Stimmt, der Hut, den vergesse ich immer. Ich habe schlechte Erfahrungen mit denen. Also defekte für reingebillt, oder? Ja, ja. Ich schau mal, wie ich den Hut wegkriege und dann geht es wieder rein. Was? Ey, Riki hat die Falle geöffnet. Was? Ich habe auch noch mit Dashki getauscht. Ich wünschte genau, wo Dashki stand, Riki. Oh mein Gott. Ah, Riki. Das ist die Wirt. Es ist wirklich. Uli und ich haben legit nur eine Raucherpause gemacht. Dann war die Runde vorbei. Oh mein Gott, Riki. Oh mein Gott. Rokke hat mich gerade abgefangen. No way. Lass mich das kurz erzählen. Riki steht vor dem Lavebecken. Ich sage es nur zu Dashki. Ey, guck mal, Riki ist der Traitor, weil er keine Waffe hat und vor dem Lavebecken steht. Dann steht auf einmal Dashki da. Fällt rein. Und ich drehe mich um und denke mir so, okay, dann müsste Riki bei Dashki stehen. Töte Riki und Dashki war der andere Traitor. Ja, ich habe Dashki drin. Das passiert ja aber immer. Oh, das ist so unglücklich gerade. Das ist jetzt schon das öfter mal passiert. Tut mir leid. Entschuldigung Dashki. Ist okay, ich verzeihe dir. Schon? Challenge? Beide hier stehen bleiben. Soll ich mitmachen? Machen Sie es doch safe. Du bist doch... Okay. Badefrösche. Ja, Badefrösche. Hallo. Hallo. Oh, der Johnny, der steht wieder da oben. Hi Johnny. Hi Jonathan. Äh. Tarn. Ja. Und hoch. Scheiße, das hätte ich sehen müssen. Es ist wieder Dashki. Ich merke, was ist passiert? Wie hat er sich gemerkt, dass ich ihn zweimal geschubst habe? Wie hat er das... Ey, dreht der Junge sich wirklich nie um? Ja. Ich bin ganz schön windig hier oben. Uiuiuiuiuiuiui. Da kann man ganz schnell runterd Parkour. Übrigens, warum ricky hängt hier ab? Hast du das gesehen? Traitor kann ich echt nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr. Hast du Rickyen Killdesch geklacht? Nein, nein! Ich mein, ich fand doch Ricky gerade getrimmt, oder nicht? Oh. Was denn? Wisst ihr, was das größte Problem ist? Johnny war Detective und weil er das Bedürfnis hat, auf diesen fucking Stein zu fallen und sich nicht umzudrehen, wenn er geschubst wird, wie viel Karma ich jetzt verlieren werde nach dieser Runde. 300 oder sowas bestimmt. 250 irgendwie so. Letzte Runde. Letzte Runde. Schon okay, schon okay. Ist eine faire Strafe. Okay. Ich hab ihn mal identifiziert, damit wir ihn da aufgelistet haben. Ich trau euch allen gerade nicht. Also außer Maeve, weil Maeve hat Ricky getötet. Der hat Feuerbälle auf mich geworfen und im Wasser. Also naja. Das ist nicht das Smarteste. Aber was ist jetzt mit euch beiden da unten? Ich glaub, ich hab da auch jemanden gesehen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich trau euch nicht. Oder ist noch jemand unterwegs? Bestimmt, oder? Die sind bestimmt irgendwo. Irgendwo. Das war ja wieder super hallig, als ob ich in so einer riesigen Kathedrale stehe. Ja, bei mir seid ihr auch gerade am Hallen. Richter Hallen. Du musst einmal kurz tauchen, Fully. Fully, geh mal kurz tauchen, dann geht's vielleicht weg. Äh. Da lag am Boden grad der Pop-Up-Gun. Das wird lustig. Oh. Hast du die? Ja. Ja. Ja, das ist nicht weg nach dem Tauch. Ja, das ist halt immer noch mehr. Warum auch immer das hier so als Effekt passiert. Das leben doch fast alle, ne? Jetzt haltst du nicht mehr. Oh, ich hasse es hier hoch zu gehen. Es ist so gefährlich. So gruselig. Au, 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 au. Ist dir in die Lame gefallen? Ich hasse in die Lame. Du musst dich anpinkeln. Halt, 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 halt. Fully? Holy shit, was? Ja? Was passiert? Irgendwas ist passiert? Irgendwas kam von hier. Der wird geschossen. Ich hab auf dem, weil Mogi meinte irgend. Ich trau dir nicht. Ja. Und ich hab nur Crap-Waffen. Ja, deswegen... Ah, Fully... Wo bist du? Ach, da ist schwer. Weißt du, ich bin nicht eingebildet? Ach, da ist Dashke ja, hallo. Nee, nee, es kam ein Geräusch. Hallo, wieso schießt du auf mich? Dashke, du hast aufgeschossen, oder? Warte, es sind nicht mehr viele. Warte, wer könnte es doch sein. Was hast du euch jetzt gesehen, Dashke, alles? Ich hab nur Fully gesehen, und dann ist so ein Ding an uns vorbeigeflogen, hat dieses Geräusch gemacht, und du hast gesagt, da ist was gelandet. Okay. Shit. Tut mir leid, Dashke. Vielleicht hat der Detektiv-Healing-Statsch... Oh mein Gott, die Puppe, die Puppe, die Puppe! Pass auf! Die dumme Kanonenkugel! Ja, nicht mal! Wer ist da so ineffizient? Die dumme Kanonenkugel! Die dumme Kanonenkugel! Malvergeflöte, die Koffel-Jungs utilise! Oh, Gott, mein Karma. Oh, sieben. Ich war so oft hintereinander gerade Traitor. Vor allem hast du, glaube ich, dreimal an Fully vorbeigeschossen. Der hat es einfach nicht gerafft. Nein, nein, nein. Ich habe was mitbekommen, aber ich habe nicht gesehen, wer geschossen hat. Ich fand witzig, wie Hockey sagt, lass mal hier raufstellen, mal gucken, wer sich traut. Und ich drücke einfach drauf und alle drei sterben. Nee, gar nichts. Er hat den Chat geschrieben. Ach, egal. Ach so, ich habe den Chat nicht gelesen. Ich hatte auch nur Trash bekommen. Johnny, alles okay bei dir? Du wächst. Letzte Runde. Letzte Runde? Letzte Runde. Du kannst doch mal den Chat aufmachen. Letzte Runde. Timo, es kommt nicht auf die Größe an. Yes. Ich bin sowieso klar. Ich will die Runde wirklich nochmal so aufmachen. Das ist so dumm. Rest in Peace, Mann. Hey, Rikki. Hey, Rikki. Aber ich habe den Boden gesehen. Irgendjemand ist gerade gestorben. Hey, Rikki. Ich kann dir die Runde nicht versauen, aber es ist sehr... Wer war das? Es ist Timo. Es ist Timo. Es ist Timo. Okay. Den haben wir aber einen schwackigen Headshot gegeben. Das war aber Respekt. 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 Okay, wer ist der Klingel jetzt, Rikki? Ich glaube, es ist Rikki. Eigentlich nicht. Also, ich habe das Gefühl, er hat es genau gesehen, dass es Timo war. Das hätte ihm jetzt auch noch geholfen, eigentlich. Drei. Nee, ich sage nicht den Satz. Kannst du nicht mal. Ich glaube, Rikki war in der Situation, er konnte nicht rufen, Timo war es. Aber ich glaube, er hat genau gesehen, dass es Timo war. Hä? Wir standen doch da gerade. Hä? Wie? Ja, ich glaube, du hättest das genauso gut sehen, bis wie ich, dass es Timo war. Das haben wir doch gesehen. Wir haben doch gesagt, Timo, wir sind doch schon erschossen. Ich habe hier mehr Atemluft, als du. Du hast gefragt, wenn ich ihn wiederbelebe. Ist das Mogi noch? Ich wollte ihn morgen wiederholen, aber ich will hier mehr Atemluft, als dass ich ihn wiederbelebe. Bitte. Ich bin jetzt nicht mehr Atemluft, als ich ihn wiederbelebe. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk